Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen XADA Video. Wir sind immer noch auf dem i4-Testival und jetzt geht es um den Elektroroller von BMW. Ich bin Felix, fahre Privat Motorrad und werde den jetzt gleich mal Probe fahren. Dieser Roller hat 48 PS und damit braucht man zum Fahren natürlich einen A2-Führerschein. Aber keine Sorge, falls ihr Max schon vermisst. Der wird beim nächsten Autotest wieder mit dabei sein. Schauen wir uns den Roller aber erstmal nochmal genauer von außen an. Was bei dem Roller auf jeden Fall auch noch eine Besonderheit ist, ist, dass hier eine Schwinge nur von der einen Seite kommt. Das kennt man ja auch von den anderen BMW Motorrädern, dass die hier eine Kardanwelle haben statt einer Kette und die andere Seite hier komplett frei in der Luft hängt. Ist natürlich ein cooles Designfeature. Ich denke, das kommt ein bisschen auf den persönlichen Geschmack an. Ich finde, es sieht auf jeden Fall cool aus, dass ich hier von einer Seite bloß die Schwinge habe und macht natürlich das Reifenwechseln viel, viel einfacher. Ich mache hier die Schrauben ran, ab und kann das wechseln wie ein Autoreifen und muss das Teil nicht irgendwie kompliziert irgendwo draus stellen. Also theoretisch könnte ich das jetzt hier aus dem Doppelständer einfach wechseln, auch zu Hause. Hier, zack, da kann man schön natürlich sein Kabel reinlegen oder eben einen Helm reinpacken. Das ist auf jeden Fall der große Vorteil von einem Roller gegenüber einem Motorrad in der Stadt, dass ich immer einen Platz habe, wo ich meinen Helm reinlegen kann. Zack. Also hier vorne hat das hier auch noch ein cooles Feature und zwar hier so ein Fach links, wo man laden kann. Hier ist ein Stecker drin und hier drunter, hier rechts in diesem Handschuhfach, zack, hat man genug Platz für das Kabel. Wir haben jetzt hier das Kabel unter dem Sitz. Aber wenn man hier seinen Helm rein tut, kann man hier ohne Problem sein Kabel rein tun. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ich mache es hier auf, mache den Stecker hier ab, stecke das Kabel ran und kann das dann hier gleich reinlegen. Das ist auf jeden Fall ein cooles Feature, gut mitgedacht. Gerade ehemalig, sonst wäre es echt nervig, wenn man immer dieses Kabel hier mit dem Helm unter die Bank quetschen müsste. Was noch ganz cool ist, ist hier der Rückwärtsgang. Hier sieht man es, wenn ich den drücke und hier Gas gebe, dann fahre ich rückwärts. Das ist schon ziemlich lustig, weil normalerweise hier nur irgendwelche Riesenmotorräder den haben, die man sonst nicht zurückschieben könnte, irgendwelche 400kg-Teile. Aber es ist für den Alltag einfach ganz lustig. Unnötig, aber lustig. Und da ich der Einzige mit dem Motorradführerschein in unserem Team bin, darf ich den Sea Evolution Roller testen. Der hat 48 PS Spitzenleistung. Genau, und da brauche ich jetzt erstmal die richtigen Klamotten. So, jetzt bin ich ready und dann können wir raus im Regen und testfahren. Aber ist doch relativ groß das Ding, ne? Schon lustig irgendwie, oder? Halte ich gut fest. Aber schon irgendwie ein komisches Gefühl. So eine sehr hohe Sitzposition, sehr aufrichtig Sitzposition. Es ist fast so ein bisschen wie so ein Opa-Motorrad. Und halt auch echt ein großer und langer Roller. Guck mal, Gas hier. Wird schon gut rollert, oder? Wird schon ein Roller? Jetzt geht die Spitzkehre ganz langsam. So, jetzt noch Vollgasch. Das ist ja so im Bereich von 50, 50 bis 80 oder auch drunter die meiste Beschleunigung hat. Und ab so 80 bis 110 oder 120 verliert er es dann langsam. Wir haben hier jetzt hier so einen kleinen Parcours aufgebaut. Man sieht schon hier die Pylonen rechts und links. Und hier werden wir jetzt mal ein paar Grundfahraufgaben fahren. Aber vielleicht lieber alleine, falls wir uns schmeißen. Also, ich bin jetzt hier im ersten Modus. Und ich probiere es jetzt mal aus. Das ist jetzt der Sale-Modus. Da bremst das Fahrzeug nicht, wenn ich vom Gas runtergehe. Und rekuperiert nicht automatisch. Und ja, es rollt einfach weiter, logischerweise. Jetzt fahre ich hier mal hier in den Schrittgeschwindigkeitsladung rein. Und ja, der tiefe Schwerpunkt zahlt sich auf jeden Fall aus. Es lässt sich deutlich einfacher fahren als ein Motorrad, so ein hohes. Es ist wirklich erstaunlich, wie gut er sich fahren lässt. Jetzt wechsle ich mal hier den Modus auf den Dynamik-Modus. Wenn ich jetzt hier vom Gas gehe, dann sollte er dann selbstständig rekuperieren und langsamer werden. Dann mal losfahren. Hier die Bremsübung. Ich mache nichts. Ich bin bloß vom Gas runtergegangen. Das Fahrzeug kält mehr oder weniger selbstständig an. Also, nicht gebremst. Zack. Das ist schon cool auf jeden Fall für die Stadtfahrt. Spart man sich das Bremsen. Dann muss man mit der rechten Hand fahren. Also auch hier auf jeden Fall im Schrittgeschwindigkeitsladung merkt man das. Man muss gar nicht bremsen. Man hat sofort die Geschwindigkeit in der Hand. Nicht schlecht. Also, wir machen jetzt einen Bremstest aus 50. Einmal, weil wir erstmal nur mit der Hinterradbremse, weil zweimal nur mit der Vorderradbremse und dann mit beiden. Ich finde es ein bisschen komisch, weil man beim Motorrad hat man hier was dazwischen. Da kann man sich so richtig ranklemmen. Hier beim Roller muss man sich irgendwie mit den Beinen abstützen. Ich bin gespannt, ich probiere das jetzt einfach mal aus. Dann werden wir mal sehen, wie weit ich komme. So, Helm zu. Safety first. Also, auf 50 hoch heizen das Ding hier. Und zack. Oh. Das dauert ein Stück. Also, man merkt, das ABS kommt schön. Es wuckelt mich. Aber so, nächster Versuch. Jetzt nur die Vorderradbremse. So, wieder auf 50 hoch heizen die Kammer. So, und zack. Okay. Schon eine andere Sache, ne? Ja, es ist auf jeden Fall kürzer. Ja, ja, klar. Man hat auch einfach mehr Gefühl drin. Jetzt den nächsten Bremstest. Jetzt mit beiden Bremsen mal voll durchgreifen. Mal schauen, wie lange ich da brauche. Das Bremse ist schon gut. Hinten hat man, finde ich, nicht so wirklich ein Gefühl. Ich bin jetzt echt gespannt, wie lange ich brauche, um zum Stehen zu kommen. Zack, wieder auf 50 beschleunigen. Zack, und jetzt war ich noch mal mit 70 das Ganze. Also, er zieht schon gut los. Ich stelle mal den Modus hier auf Dynamik. Ich ziehe hier jetzt mal auf 70 hoch, das Ding. Ja, man merkt schon, viel weiterer Bremsweg, klar. Also, ich bin echt schon ein bisschen beeindruckt, wie sicher der Bremst, der Roller. Obwohl man hier nichts hat, um sich drauf abzustützen, hat man wirklich auch aus jetzt beim Rück zurück zu 75 noch richtig sicheres Gefühl. Ja. Okay, jetzt fahren wir wieder zurück. Mal schauen, wo eine Lücke kommt. Mal schauen, ich brenne schon mal. Ist schon ganz gut, oder? Ich gebe jetzt noch einmal Vollgas. Halte ich fest. Jetzt. Und Vollgas. Vollgas. Das ist auch echt praktisch mit diesem Rückoperieren, dass man einfach nicht bremsen muss. Man geht vom Gas, dann bremst die Karre. Ich bin mich hier auch trotzdem für Lass mit Fahrbahn relativ sicher. Also, echt, mir ist wahrscheinlich wärmer als dir, weil ich diese Handgriffe habe, diese elektrisch beheizen. Und die bringen echt viel, weil ja viel Blut auch durch die Hände fließt. Kommen wir jetzt zum Fazit. Ich werde diesen Elektroroller erstmal mit meinem eigenen Verbrennermotorrad vergleichen und dann noch mit anderen Elektroalternativen. Ich selber fahre seit vier Jahren eine Yamaha XJ6 mit 78 PS Leistung. Mit dem Roller ist man auf jeden Fall von 0 bis 60 genauso schnell unterwegs. Dann im Landstraßentempo, so bis 100, ist man ein bisschen langsamer unterwegs, aber auf jeden Fall noch richtig spritzig. Dadrüber merkt man auf jeden Fall, dass die Leistung geringer ist als bei einem Verbrennermotorrad. Und die Höchstgeschwindigkeit von 129 ist natürlich auch viel langsamer als die 200 kmh von meinem Motorrad. In der Stadt bin ich mit dem Roller aber viel, viel entspannter unterwegs. Mit dem Motorrad in der Stadt zu fahren kann richtig nervig sein, gerade im Stau. Das Kuppeln und das Schalten, es macht wirklich überhaupt keinen Spaß und mit dem Roller hier muss ich eigentlich nur mit der rechten Hand fahren. Ich kann ja durch die Rekuperation sogar bremsen. Ich brauche eigentlich nichts machen außer Gas zu geben und Gas wieder wegzunehmen. Von der Ampel reicht das auf jeden Fall aus, einfach nur Gas wegzunehmen und dann hält der von selber an. Ich würde sagen, wer jetzt nicht viel Autobahn fährt, für den ist der Roller auf jeden Fall besser als ein kleines Verbrennermotorrad. Der BMW C-Series Evolution kostet 15.000 Euro. Das ist auf jeden Fall ein sehr hoher Preis. Wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin, sollte ich vielleicht überlegen, ob mir nicht ein günstiger Elektroroller für so 5.000 Euro auch ausreicht. Damit bin ich in der Stadt genauso schnell unterwegs und kann wirklich eine Menge Geld sparen. Für 15.000 Euro kriege ich dann zum Beispiel auch die Zero S. Das ist ein Elektromotorrad, hat ungefähr auch die gleiche Reichweite und ich bin noch ein bisschen flotter und sportlicher unterwegs. Für wen ist dieser Elektroroller jetzt das optimale Verkehrsmittel? Ich würde sagen, für Pendler, die außerhalb der Stadt wohnen und damit jeden Tag in die Arbeit fahren wollen. Im Vergleich zu einem kleineren Elektroroller kann ich mit dem Ding auf jeden Fall auf der Autobahn unterwegs sein und bin super auf der Landstraße unterwegs. Im Vergleich zu einem Motorrad habe ich das Helmfach unterm Sitz und den Windschutz vorne. Der Windschutz bringt einem gerade bei schlechtem Wetter echt viel und zusammen mit den elektrisch beheizbaren Griffen hat man ja gesehen, ist man auch bei Regenwetter noch komfortabel unterwegs. Wer einen hochwertigen Roller sucht, mit dem man auch mal ein Stück auf der Autobahn unterwegs sein kann, der wird auf jeden Fall von diesem Roller nicht enttäuscht werden. Bestes Wetter, würde ich sagen, gute Straßenverhältnisse. Können aber eigentlich ganz spaßig werden, oder? Können ganz spaßig werden, vor allem wenn du gleich mit dem Roller aus dem Auge lächst, da freue ich mich persönlich auch schon drauf.